Herzlich willkommen zum heutigen Active Directory Tipp. In der heutigen Session geht es darum, dass wir mit der PowerShell Benutzer anlegen. Und zwar haben Sie zum Beispiel einen Auftrag erhalten vom Azure Administrator. Der Azure Administrator braucht Testkonten, die er einsetzen will in der Azure Virtual Desktop Umgebung. Darum müssen zuerst die Konten lokal erstellt werden, dann werden diese beispielsweise mit Azure AD Connect synchronisiert. Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich befinde mich hier auf einem System mit dem Namen DC01. Ich könnte die Konten anlegen, selbstverständlich mit dem Werkzeug Active Directory Benutzer und Computer. Aber das würde dann eine gewisse Zeit dauern. Darum habe ich ein kleines Skript vorbereitet. Lassen Sie uns mit diesem Skript arbeiten. Zuerst einmal Linie 1 und 2. Die räumen den blauen Bildschirm etwas auf. Ich erstelle zuerst eine neue Organisationseinheit mit dem Namen ToSync, weil diese Organisationseinheit soll dann mit Azure AD Connect synchronisiert werden. New AD Organisational Unit. Der Name ist ToSync. Wir geben den Pfad an. DC gleich Zodiac, DC gleich Local. Weil das ist der Name von meiner Domäne. Zodiac.local. Dann minus Protect from Accidental Deletion Dollar Falls. Wir erstellen also die neue Organisationseinheit. Der Cursor blinkt auf der Zeile 5. Führe diese aus und die ist erstellt. Das können wir schnell prüfen, indem wir hier im Werkzeug Active Directory Benutzer und Computer einen Refresh durchführen. Dann haben wir die Organisationseinheit ToSync. Rechtsklick, Eigenschaften und wir sehen nicht alle Register, weil wir müssen die Ansicht anpassen, erweiterte Features. Dann nochmals Rechtsklick auf die Organisationseinheit Eigenschaften und dann unter Object sehen wir, dass diese Option nicht aktiviert wurde, weil wir eben diese Option eingesetzt haben. Minus Protect from Accidental Deletion Dollar Falls. Das ist eben in Ordnung für diese Testbenutzer. In einer produktiven Umgebung, wo es keine Testbenutzer sind, sollten Sie hier nicht $FALSE einsetzen, sondern $TRUE, dass diese Organisationseinheit geschützt ist. Jetzt erstellen wir ein paar Variablen. Zuerst einmal der Name der OU, dann der Pfad zu dieser OU, das Username-Präfix ADUSER, das UPN-Suffix Zodiac.local und UserCount 1 bis 9. Wir erstellen also Benutzer von 1 bis 9. Ich markiere die Zeilen 8 bis mit 12, um diese Variablen zu erstellen. Jetzt arbeiten wir mit einer Schleife. New AD User. Wir brauchen die Option Minus Name. Das setzen wir dann zusammen mit $ADUSERNAME-Präfix, $COUNTER-PATH. Da geben wir den Pfad an zur OU. Das Konto soll eingeschaltet sein. Change Password at Logon $FALSE. UserPrincipal Name. Das setzen wir so zusammen mit den Variablen und in der Mitte das Add-Symbol. Und dann Account Password. Und hier konvertieren wir das Passwort zu einem Secure-String. Passwörter in einem Skript sind keine gute Idee. Es ist aber hier eine Demo-Umgebung, es sind Test-User, darum ist es in diesem Fall für mich in Ordnung. Nun markiere ich die Zeile 15 bis und mit 19 und führe diese aus. Und Sie sehen, jetzt wurde die Schleife abgearbeitet und die Benutzer sind angelegt worden. Wir navigieren zu Active Directory Benutzer und Computer. Wir haben hier ToSync und Sie sehen, AD User 1 bis und mit 9. Sehr gut. Wir erstellen noch ein paar Variablen. Der Azure Administrator hat mir gesagt, er möchte auch noch einen Admin. Darum erstellen wir ein Konto mit dem Namen WVD-Admin. Diesen Namen speichern wir wieder in einer Variablen ab, auch das UPN-Suffix. Ich markiere die Zeile 22 und 23, führe diese aus und jetzt erstellen wir den neuen Benutzer mit NewAD-User und eigentlich ein sehr ähnlicher Aufbau wie oben, ausser wir müssen nicht mit einer Schleife arbeiten. Ich markiere die Zeile 26 bis und mit 28 und führe diese aus. Und der WVD-Admin 1 wurde erstellt. Wir navigieren zurück zu Active Directory Benutzer und Computer, wählen die Aktualisierungsfunktion aus und da ist unser WVD-Admin 1. Nun, ich möchte, oder beziehungsweise der Azure Administrator hat gesagt, er möchte, dass der WVD-Admin 1 Mitglied der Domänen-Admins wird. Darum verwenden wir Get-Ad-Group, die Identity ist Domänen-Admins. Wir lenken das Resultat um in Add-Group-Member und dann Minus-Members und hier geben wir den WVD-Admin 1 an. Der Cursor blinkt auf der Zeile 31, führe diese aus und die Zuweisung wurde gemacht. Das können wir schnell prüfen. Wir navigieren zu den Users, dann öffnen wir die Domänen-Admins, ich wähle die Mitglieder aus und da ist unser WVD-Admin 1. Sehr gut. Nun, ein paar neue Gruppen sollen es auch noch sein. Darum verwenden wir New-Ad-Group, Minus-Name ist AVD-Pooled, Groupscope ist Global, Group-Category ist Security und der Pfad zur OU geben wir an. Und so können wir direkt sehr viele Gruppen auf einem Rundumschlag erstellen. Ich markiere die Zeile 34 bis mit 38 und führe diese aus. Und die Gruppen sind erstellt. Wir navigieren zurück zu der OU mit dem Namen toSync, wählen die Refresh-Funktion aus und wir sehen, hier sind unsere Gruppen vorhanden. Es sind Sicherheitsgruppen und Sie sehen hier Typ, Sicherheitsgruppe global, genauso wie wir es im Skript spezifiziert haben. Jetzt die Zuweisung von Benutzern zu diesen Gruppen. Da habe ich jetzt einfach mal einen Aufbau getätigt. Das können Sie selbstverständlich anpassen oder je nachdem, was der Auftrag ist vom Azure-Administrator. Wichtig, die Zeile 45. Da will der Azure-Administrator, dass der WVD-Admin zur Gruppe gehört, AVD-Admins. Der Rest ist einfach nach Auftrag zusammengestellt. Ich markiere die Zeile 41 bis mit 45, führe diese aus und die Zugehörigkeit wurde umgesetzt. Das können wir wieder prüfen, indem wir zur Organisationseinheit navigieren. Wir aktualisieren die Ansicht und jetzt wähle ich zum Beispiel einmal AVD-Admins aus, Mitglieder und hier ist der Administrator. Und dann bei AVD-Personal sind die Benutzer 7, 8, 9. Mal schnell schauen. AVD-Personal. Wir suchen die Linie AVD-Personal bei Benutzer 7, 8 und 9. Genau so soll es sein. Jetzt müssen wir das User-Principle noch anpassen. Und zwar schauen wir uns die Ist-Situation an mit getaduser-filter-stern. Wir sortieren nach Name und lenken das Resultat um in eine formatierte Tabelle und ich möchte den Namen und den User-Principle-Name sehen. Der Cursor blinkt auf der Zeile 48, führe diese aus und jetzt sehen wir die Konten, die schon vorbereitet sind, zum Beispiel hier chain.ford.tomscloud.ch und wir sehen die Konten mit zodiac.local. Selbstverständlich hätte ich direkt die Konten richtig aufbauen können, indem ich das UPN korrekt setze. Ich wollte Ihnen aber zeigen, wie das funktioniert, wenn das bei Ihnen einmal so aussehen sollte. Sie können nämlich mit der Zeile 51 diese Änderung durchführen. Und zwar getaduser-filter und dann suchen wir nach dem User-Principle-Name, welches zodiac.local ist. Und minus Property User-Principle-Name Resulted Size $0. Und dann mit der zweiten Zeile ändern wir das User-Principle-Name. Wir sehen hier Replace zodiac.local durch tom'scloud.ch Wir lenken das Resultat um in setaduser-user-principle-name $newupn. Also, zuerst einmal die Zeile 51, führe diese aus und dann die Zeile 52, führe diese aus und jetzt prüfen wir, ob das funktioniert hat mit der Zeile 55. Das ist genau die gleiche Zeile wie die Zeile 48 und jetzt der Unterschied. Und Sie sehen, sämtliche Konten sind angepasst. aduser1.tomscloud.ch Warum diese Änderung? Ganz einfach. Im Azure-Portal oder im Microsoft 365-Portal ist die Domäne tom'scloud.ch hinzugefügt worden und wenn jetzt die Konten synchronisiert werden, werden diese Konten korrekt im Microsoft 365-Azure-Portal erstellt. Und selbstverständlich werde ich Ihnen dieses PowerShell-Skript zur Verfügung stellen. Dazu navigieren Sie ganz einfach zum GitHub-Portal. Suchen wir das GitHub-Portal und zwar github.com und dann slash Tom Wechsler und anschliessend navigieren Sie zu den Repositories und ich werde Ihnen dieses PowerShell-Skript im Repository zur Verfügung stellen Azure Virtual Desktop.